Okay, hier habe ich noch ein paar Kleinigkeiten übersehen, die wir im Verlauf des Abenteuers übersehen haben, auch wenn es unglaublich klingt, aber ich habe ein paar Dinge ausgelassen. Nur ein paar, nicht viele dauert höchstens so fünf Minuten apart. Und zwar kann man hier in Prismalia City ein TM bekommen, das habe ich glatt übersehen. So, muss man hier surfen. Und man bekommt von der Weichei. Hallo, erst einmal, ich kenne dich vom Sehen, aber ich hatte bisher keine Zeit, dich anzusprechen. Hier, nimm dieses Geschenk. Ja, das ist Weichei. Weichei kann man nur einem Pokémon beibringen, das ist Chaneera und Mew eigentlich noch. Okay, das haben wir gesehen, das kommen noch die Trainer, die wir für Mew nicht bekämpft haben. Damit ich sagen kann, dass ich alle Trainer besiegt habe. Und nicht nur ein Bruchteil. Also nur zur Vollständigkeit mache ich dieses Special noch. Ja, nur zur Vollständigkeit. Den haben wir schon, ne? Ja. Dann fehlt der Fleckmann Trainer. Der ist hier. Ich habe ja, den kennen wir ja aus dem Mew-Special. Der, dem, gegen den kämpfen wir schon zum dritten Mal. Oh mein Gott. Ja, Pfff. Boah, die Slam können wir uns so fantasiefreien Lauf lassen. Ich bin dir nichts böse. Und da haben wir noch einen Mew-Trainer übersehen. Der ist, ähm, diese Spieler da. Bei Lavadia dran, den haben wir auch noch übersehen. So. Ja. 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 Da la 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 la. Was ist der hier? Okay, die Spieler mögen beginnen. Der hat ein Quap- Ein Quapsel. Ein Quapsel und ein Quapuzzi. Aber ich weiß es. Ich weiß es. Naja, okay. Ich glaube den Spiel ich den Kampf, der ist eigentlich uninteressant, ist der zwei Quapse und ein Quapuzzi, wir müssen damit wissen, den haben wir schon, okay. Dann haben wir noch was nicht gemacht, was ich euch zeigen wollte. Irgendwann erstmal nach Ratsuga City. Und zwar haben wir in der Pension ein Pokémon dargelassen, das wir bis jetzt noch nicht geholt haben. Es hat auch bestimmt einige Level bekommen, da ich ja gespeedet habe. Und wie in der Roten werde ich auch jetzt wieder eine Frage stellen, also welches Pokémon wird es wohl sein, was wir da, also welches Level dieses Pokémon hat, was wir abgelegt haben in der Box, äh, was wir bei dem Pensionseil, also welches Level hat das Pokémon, was wir bei dem Pensionseil gegeben haben. Ähm, schreibt eure Meinung in den Kommentar, während ich jetzt dorthin latsche. Ähm, also unser letztes Pokémon hatte 20, wo wir es durch hatten. Aber ich habe gespeedet und es hat einige Auswirkungen, so ein Speeding. Ich bin schon gespannt. So, es dauert nicht mehr lange. Da, 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 da. Und hier sind wir. Okay, habt ihr auch in den Kommentar abgeschrieben? Smetbow hat sich toll entwickelt. Und jetzt kommt die Lösung. Es ist um 20 Level gestiegen. Okay, ich hätte mehr erwartet, weil ich ja gespeedet habe. Smetbow. Okay, welcher Attack kann Smetbow? Es hat Level 37. Es kann die Attacken Superschall, Wirbelwind, Windstoß und Psystrahl. Gut, ähm, das war der letzte Part von diesem Special, von diesem Let's Play. Ich hoffe, euer Let's Play hat euch gefallen. Das nächste Let's Play, Pokémon Let's Play wird die Schwarze sein. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dann. Servus.